. . . Da war die Nachbarin her außen. . . . Du Hände einhalten? Das auch noch. Ja guck so, wir müssen gehen. Ach, wir müssen gehen. Ja. Ich sehe nichts mit der Sonne. Ich sehe nichts mit der Sonne. Ja. Ich sehe nichts mit der Sonne. Wir haben den Klimaschutz heute. Ja. Ich bin im Müll. Achso. Ich mache mit bei den Müllbrennungen. Geht doch. So, ich sehe die Spasse. Guckst du? Soll ich auf dem Handy gucken oder soll ich dann doch mal gucken? Ach, da kommt ein Hund. Da kommt ein Hund. Mit Wegelchen. Nachbarn. Ich sehe nichts. Ich schon. Ich sehe da noch weh in der Harnelbrennungen. In der Sonne. Aber Freia schiebt sich. Ja ja. Hier bleibt. Hier bleibt. Hier kommt. Hier bleibt. Grüß dich. Was ist denn hier? Na komm Guten Morgen Ja, ich merke es gerade Ich merke es, dass wir Frühling haben Du brauchst keine Handschuhe mit Heizung Ja, und ich habe eine normale Jacke Gehen wir auch unten rum? Oder wir sind oben? Wir holen sie ja ein Ja, da ist der Stein Ja, aber ich habe Oberseite und so Probleme Ja Gehen wir oben rum, dann gehen wir oben rum Ja, und oben Was? Was? Vor dem Popo, oder was? Ja Ich sprühe jeden einzelnen Muskel Ich weiß nicht Ja immer Nein Wir müssen doch bleiben lassen, weil ich will jetzt nur was lassen Ja, nein Wir müssen ja nicht Doch Oh doch Doch Warum? Sonst brauche ich nicht mal die Fernbedienung von 100 Meter Entfernung anschauen Jetzt oder treibst du es aber? Nein Doch Nein Also gestern Abend, wenn ich einen verliebten Blick an die Fernbedienung geschmissen hätte, wäre es gegangen Das stimmt doch gar nicht, oder? Oh doch Das stimmt doch gar nicht, oder? Oh doch Ich bin gar nicht, oder? Doch Okay, dann ist das ein Vorsatz für das neue Jahr Ja, ist gut Oh Gott Ja Ach ja, was denn Ja Ja, die junge Frau Ja 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 Ich gebe auch mir den Rick Nein Ja 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 Das ist schön Ja 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 Das ist schön, wenn du mir unauffällig folgst Das ist schön, wenn du mir unauffällig folgst Ja Ja Achso, wir brauchen Plätzchen Ja 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 Da ist auch keiner zu Hause, ich hab Tja. Aber wenigstens schön am ranken, da ist alles gut. Nicht irgendwo so auf der Straße oder so. Das ist ein guter Tag in der Hunde. Alles gut. Aber irgendwie eine Promenadenmischung ist das Ding auch, oder? Was ist? Der Hund. Ja, ja, man mischt auch. Auch schauen für die Schüsse aus. Wer weiß, was das ist. Ja. Heute ist es egal. Ja, komm zurück. Ich lege so das Wetter am Sonntag gut. Ja. Und beworben. Freitag. Ja, ich muss bloß umziehen auf Rüh. Spattern. Das heißt gar nicht, dass du danach Luft laust. Ja, meine Bienen muss ich behandeln. Ja. Ja. Irgendwann mal so. Weiß ich nicht, wenn der Waldi mal Bock hat. War das nicht oder so? Kannst du morgen machen? Nee, morgen ist morgen ja. Da ist jeder besuchen. Oder mir. Ich muss nur in die Arbeit. Gott. Armes Hund. Oh. Herrlich. Ja. Ja. Super Wetter zum Schießen halt. Warum? Ja, weil klar oder was? Ja. Das sieht man ganz weit. Ja, super Wetter zum jemandem schießen. Nicht zum Ehrschießen, sondern Raketenschießen. Deswegen. Ja. Und da oben sieht man noch weiter. Ja. Von uns aus sieht man es ja saugell. Aber da ist ja nichts. Keine Raketen. Nix. Was? Da ist ja viel alt. Waren wir eh letzt mal oben? Wir waren nicht ganz oben. Achso. Tja. Deswegen, wer Sonntag da ansticht hat. Stimmt. Ja. Brauchen wir wieder. Ich weiß. Bist du sicher, dass du mitmachen willst? Ich sterbe halt dann danach. Ja, sterben werden wir beide. Weil wir beide untrainiert sind, was das angeht. Ich muss ja bloß noch ein Plätzchen finden für das Ding, dass das richtig aufnimmt. Oh Gott. Das auch noch. Das ist mir wurscht. Wenn dann blamiere ich mich vor der ganzen Welt. Ach das. Da tue ich mir jetzt nicht. Ach junge Frau. Was ist jetzt? Was wird jetzt das? Ich habe eine. Du hast eine. Wir brauchen aber beide eine. Achso. Das hilft uns eine. Stimmt. Wir brauchen jetzt zwei. Ja. Stimmt. Wir brauchen jetzt zwei. Ja. grüß euch wir haben den Hund quasi für sie angesagt, wir haben den noch daneben gewinnt, die haben das aber nur in Mami gebaut, um den Hund abzuwollen auf dem Fall hätte ich jetzt Sonnenblumen gehen ich glaube, dass das so lustig ist ich weiß nicht, ob es da unten irgendwas gibt ja, das weiß ich auch nicht, aber auf alle Fälle sind nicht die Balance an der Tür jetzt war's ja, aber auf dich auch, ich bleib hier jetzt war's aber ich glaube, dass es mir echt interessant war ich weiß nicht, ob da früher irgendwann mal irgendwo was war das kann ich gar nicht sagen ich muss denigem weiß ich mittlerweile was irgendwo wo war aber hier wenns mal ein wenig trocken ist oder so ich muss mit dem Bauern fragen, ob ich gehen darf ich schau jetzt mal hier oben da vorne wir gehen wir schauen jetzt die wir haben wir sehen los rüber gucken aber hier kommt jetzt auch mal raus frische luft und was sehen nach dem ganzen regentscheiß die dreht auch um ja 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 So, grüß dich. Ich glaube, es ist sehr schön zu gehen, wenn ich runter geht, das ist besonders so, dass man es fast nicht gesehen hat. Ja, ja, das ist so, ja. Mein Eis hat sich zwei schöne. Komm. Seh ich die schöne. Und mich sitzt frei. Komm brav. Aber brav sind sie, gell? Ja, freut nichts. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch, gell? Wünscht mir auch. Ins neue Jahr. Wünscht mir auch. Das ist das Wichtigste, ja. Na ja, also, tschüss. 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 Ach, jetzt ist es. Deine Mutter hat mir eine Nachricht geschickt. Deine Mutter. Ach, meine Mutter. Ja, sie ist doch. Sie denkt an dich. Ja, jetzt wo ich eine Freundschaftsanfrage habe, jetzt komme ich täglich. Ja, dann musst du erst zu. Ich weiß. Aber weißt du, wie grausam das war, als ihr auf dem Tischplatsanlag und es kam nichts? Ja, ja, ich glaube. Ich weiß. 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 Ja, ist ja gut. Nein, Gott. Das kann man abhacken. Ich bin fertig. Aber. So. Nach dem schweren Aufstieg jetzt noch. Ganz schwer. Rücksausch ist drauf. Oh nein. Süße. Ja, das wird doch jeder auch sehen, oder nicht? Ja. Was hören wir gleich von mir? Ja. Aber Hunde. Hunde? Hier. Und jetzt hier so. Na ja. Ja. Wir laufen nämlich hier nebenbei. Geht das nebenbei auch? Ja, anscheinend kommt. Ich weiß nicht wie, aber wie. Okay, dann darf es nebenbei. Dann ist es gut, wenn es nebenbei geht. Das ist irritiert worden. Ciao. Dann können wir wieder drauf. Ja. Wir gehen. Ja. Reg, in dir guck nicht, wenn jemand der andere sitzt. Aber die Sonne ist blöd. Weiß nicht, ob man irgendwas sieht mit der Sonne, aber... Aber die Sonne blöd. Geblendet. Man sieht schon, weil die Wasserblende sind. Achso. Dann ist gut. Was hat er gefunden? Nein. Du kannst ja jetzt dann gleich mal schauen mit dem Sky Receiver. Und ein paar Videos suchen. Was? Was hat der gekriegt? Was hat der gekriegt? Das ist der. So. 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 Okay. der ist dann entgegen ja irgendwo in den Alpen jetzt auf der Hütte zu liegen und anschlecken du kannst da einmal von München nach Venedig weil ich ja Millionen gewonnen habe und dabei mal aussetzen kann also wenn das Tempo so mit dem Geld weiter geht dann ja ich habe ja noch nie mal meine Millionen geschaut vom Mittwoch Apropos musst du halt sowieso besuchen wegen morgen spielen ja vielleicht habe ich ja Millionen gewonnen dann wird ein neuer Laptop drin ja schon viel Freizeit definitiv das schmeißen wir jetzt eher am Schoß drauf dann und dann Kautschi irgendwann einmal was zum Essen oder so Mittag so elf so zwölf ok 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 von meinem Daddy kriege ich jetzt ein Geld ja für seinen Drucker von dir ja vielleicht kriege ich schon langsam zusammen ja weil tausend Euro brauche ich mindestens ich glaube nicht dass ich dir mehr schulde ich weiß es nicht ach hast du auch gezählt ne jetzt hast du gesagt ja ich weiß es nicht aber der Leihwagen war weniger viel weniger ja was denn der Leihwagen weiß ich nicht wieviel das war knappe 400 naja warum hast du mir dann soviel gegeben fünf achso ja pfff ich schreib sowas nicht mit weil es mir wurscht ist das einzige dein Kind muss ich noch abkasseln naja hihiii das war immer noch mache ich ne 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 da geht es ums Prinzip nicht das ich es brauche ne 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 da geht es ums Prinzip nicht dass ich es brauche hihihi 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 Von meinem Sohnemann muss ich auch noch abkassieren. Schon langsam ist da ein Laptop drin. Wenn ich alles eingetrieben habe. Ja, so 1000 Euro. Muss ich schon rechnen. Schuhe wären auch noch drin. 3, noch 2,50 Euro. Kann ich mir das noch leisten? Nee. Dann kannst du mal aufmachen, dann kannst du mal eine Rolle drauf machen. Ja, ich müsste auch mal meine Töcklinge. Ich habe jetzt zwar eine neue an, aber die andere habe ich immer noch nicht ausgemustert. Die habe ich immer noch mit den Lüftungslöchern. Die mit den schönen Lüftungslöchern hier. Ja. Tja. Ach Rick. Komm, du ziehst die Näschen drunter. Ach Rick. Geh zu. Junge Dame, wir haben leichte Schwierigkeiten. Wir zwei. Mit der Sonne sieht man zwar nicht viel, aber es ist halt so. Es ist halt so. Das ist ja so. Es ist ja so. Das ist ja so. Es ist ja so. Es ist ja so. Es ist ja so. Ah, schön. Rick, was willst du denn bei mir hier rüben? Dann geh halt du da drüben, dann machen wir Tausch. Jetzt doch doch wieder. Wir tauschen nicht, das ist gut. Das ist gut, wenn wir nicht tauschen. Ui, man sieht was. Das ist gut. Das ist ein Checkport Knack-Töte. Hast du ein Checkport Knack? Nix? Ja, und da sind ziemlich locker drin. Tja, ich brauche nur eine. Ja. Wie willst du das? Braucht nicht viel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, meine Stützmauer bauen, meine Fenster rausreißen und ein Auto kaufen. Ende. Das ist die meinte, die Auto. Ja, das Problem ist bloß das, du kannst dich nicht abmelden. Jetzt kann ich nicht mehr ein halbes Jahr verschwinden mit dir. Ach Gott. Dann gehen wir unten. Oder gehen wir... Nicht quatschen. Ja, dann gehen wir oben. Dann gehen wir oben entlang. Also ich würde am Montag meinen Chef anrufen. Und einmal sagen, du Alter, ich brauche mal ein halbes Jahr frei. Ja. Pass ehrlich, ich würde mich nicht trauen. Doch. Ja. Bei dir, du bist ja... Aber ich würde tatsächlich fehlen. Ja, stimmt. Das ist das Problem. Ich auch. Nein. Nicht so sehr wie ich. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Aber... Ne. Ja. Zwei Wochen rundum wäre auch schon mal was. Ja. Zwei Wochen rundum wäre auch schon mal was. Ich meine, wir haben zwei Wochen rundum angefangen. Ne. Aber so einmal. Irgendwie so. Aber Reisen ist jetzt sowieso nicht dran. Ne. Das nicht. Aber erst einmal stützt man meine Fenster. Ne. Und dann mal gucken, was so rundum los ist. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich auch nicht. Ich hätte jetzt hier nicht nachher empfangen. Dann müsste ich mich dahinter liegen. Ach. Ein schönes Auto gäbe es da noch. Ja. Das ist das Einzige. Ja. Aber nichts Besonderes. Einfach nur ein schönes Auto. Ja. Ich brauche nicht, dass wir uns aber ein bisschen weg sind. So. Indy. Servus, grüß dich. Wir sind dann geschickt. Wir sind dann geschickt. Aber. Ich weiß nicht, was du geschickt hast. Ich weiß nicht, was du geschickt hast. Ne. Herrlich. Ne. Mal gucken. Vielleicht haben wir die Millionen abgeräumt. Ja. Ich weiß es ja noch nicht. Ich hab ja erst ausgespielt. Achso. Ja, Euro. Aber der andere. Ich hab Mittwoch nicht gespielt. Achso. Ich hab Mittwoch schon gespielt. Ja. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Jetzt hab ich mir gut gespielt. Achso. Haben wir auch gespielt. Ja. Eure Checkpoint hab ich auch gespielt, ja. Und die Extramillionen-Dingste-Bumpste. Ja, aber die sind dann 7. Oh, Andi. Wünsch ich dir auch. Ein kurzes neues Jahr. Schönen Gruß aus Ingolstadt. Ja, wir sind in schönen Niederbayern. Und wir drehen halt gemütlich eine Runde mit den Hunden. Also heute ist kein Training angesagt. Aber ab morgen wieder. Übermorgen. Servus. Florianistrasse. Was? Florianistrasse. Also nicht hier, nicht in Buba. Also du bist ja die jetzt nicht. Ja, dann hier. Dann ist es die, ja. Das ist die Neubau-Signalung. Ja. Bitte. Florianistrasse. 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 Ja eben, wenn, dann ist es nur Neubau-Ding. Ja. Weil alle anderen kann ich im Normalfall von Zeitung austragen. Ja, ist ja klar. Komm. Nee. Andi, wie ist das Wetter bei euch? also, wir gehen richtig. Nein, ich bin nicht beschäftigt, bloß da ist vor allem der Nachbarshund gegangen und deswegen ist hier viel los. Es geht halt direkt ohne Jacke. Ein Segler mit einem dicken Pullen mit dem Nachthemd. Ach, das ist das Floriani da. Sieht so aus. Ich habe da schief gelaufen mit dem Hund. Ich habe da schief gelaufen mit dem Hund, wenn wir da vorbei wären. Grüß euch. Nur schauen. Fein nix. Nur schauen. Nein, Reck lieber. Komm, komm. Nein, das ist nicht mit dir. Komm. Junge Dame. Du bist drei und der ist mindestens. Keine Ahnung wie alt. Ja, so. Ui, Päckchen. Heißt an allen, im Stream einen guten Rutsch. Ein gutes neues Jahr und bleibt anständig. Ja, das ist nicht mit dir. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020